Musik Sie wollen beim Proben oder Üben von Kammermusik wissen, was die anderen spielen. Sie wollen beim Proben oder Üben von Solokonzerten wissen, was das Orchester spielt oder wie der Klavierauszug gestaltet ist. Sie wollen sich jede fragliche Stelle sofort anzeigen lassen, also viel Zeit sparen und dazu nicht umständlich in der gedruckten Partitur oder im Klavierauszug suchen müssen. Bei allen Titeln mit mehr als einem Instrument können Sie mit einem Klick zwischen Einzelstimme und Partitur zielgenau hin- und herspringen. Die HandyLibrary App bietet Ihnen diesen Service auf Knopfdruck an. Um auf dem Bildschirm bequem zwischen Einzelstimme und Partitur hin- und herspringen zu können, müssen Sie beide Verkaufseinheiten desselben Titels gekauft haben. Diese beiden Titel müssen außerdem aktuell auf Ihr Ausgabegerät heruntergeladen sein, also nicht nur prinzipiell in Ihrer Bibliothek vorhanden sein. Nehmen wir Beethovens Emperor Concerto als Beispiel. In der Solostimme bin ich gerade bei der Buchstabenmarkierung H. Jetzt tippe ich mit einem Finger, aber nicht mit dem Apple Pencil, in der Mitte des Bildschirms auf dieses System. Unten erscheint zur Partitur springen. Tippen Sie nun auf dieses Feld, um entsprechend das Notenbild zu wechseln, also den verbundenen Titel an der gewünschten Stelle angezeigt zu bekommen. Es wird nicht taktgenau, sondern System- bzw. zeilengenau gesprungen. Im Fall von Solokonzerten, bei denen Orchesterpartitur und Klavierauszug zur Verfügung stehen, springt man aus der Solostimme in die Orchesterpartitur, wenn sie in der Bibliothek vorhanden ist. Ist nur der Klavierauszug vorhanden, geht der Sprung dorthin. Und zurück funktioniert es genauso. Wir tippen in die Mitte, aber aufpassen, bitte nicht rechts oder links tippen, sonst würden Sie umblättern. Das heißt, in die Mitte des Systems und dann zur Stimme springen. Mit diesem Feature müssen Sie keine Zeit mehr verschwenden, Ihre Noten ständig durchzublättern. Jetzt wird es leicht, immer die richtige Stelle zu finden. Alles Gute für Ihre Probe. und nach douern, sie werden Sie noch meine Zeit mehr zurückgebrush werden, sind sie darauf, dass du nicht in die Mitte eine entsprechende Liebe sch slides Booteln sch нормальноern. Je